«C'est la petite Gilberte, Gilberte Cogenaire, elle cherche les trois mille soldats et tous les officiers. C'est la petite Gilberte, Gilberte Cogenaire, elle pleure maintenant pour toute la civile et toute l'armée.» «Die Zeit um den Ersten Weltkrieg ist Schwerpunktthema von unserem 312-Seiten-starken-Werchen.» «In dieser Aussage wichtig ist vor allem das Wort «um». «Man kann der Katastrophe des Ersten Weltkriegs nicht gerecht werden, wenn man nicht auch auf seine Vorgeschichten, die Wirkungen und die Folgen eingeht.» «Das Aufzeigen von Hintergründen und Zusammenhängen ist ja ein Grundanspruch der Werderberger Geschichte.» «Der Einstieg ins Thema erfolgt darum über Belle Époque.» «Das sind die Jahre nach dem Deutsch-Französischen Krieg, eine lange Friedenszeit.» «Es war bei Weitem nicht für alle eine schöne Zeit und es hat über vieles ein Weg getäuscht.» «Es geht im Buch dann um den Balkankrieg von 1912 und 1913.» «Es war eine Art Präludium für den Weltkrieg von 1914 bis 1918.» «Behandelt werden dann die Kriegsvorbereitungen der Grossmacht und die Massnahmen in der Schweiz und damit auch die Kaisermanövren von 1912 in der Ostschweiz.» «Satentat auf das Thronfolgerpaar vom 29. Juni 1914 in Sarajevo ist zwar nicht die Kriegsursache gewesen, aber doch der Zünd empfunden in eine hoche explosive Situation.» «In der Folge geht es im Buch um die Mobilmachung, das sind die Seveler, die Mobilmacht der Schweizer Armee von Anfang August 1914.» «Dann um das Grenzbesetzungsgebiet, speziell im Hochgebirge, im Umbreilgebiet, wo Hunderte von Werderberger Ernst geleistet haben.» «Es geht um die Sicherstellung der Lebensmittelproduktion, um das Entstehen von Konsumgenossenschaften.» «Weitere Themen sind der Schmuckel zwischen Schwyz, Liechtenstein und Vorarlberg.» «Dann Pariser Vorratsvertrag, wo es nicht gelungen ist, die Voraussetzungen für eine friedliche Weltordnung zu schaffen.» «Im letzten Kriegsjahr ist die Spanische Grippe ausgebrochen und hat weltweit mehr Todesopfer gefordert als der ganze Krieg.» «Au der Landesstreik vom November 1918 wird ausführlich behandelt.» «Und es geht weiter um den Anschluss von Vorarlberg an die Schweiz.» «Um den umstritten Zollanschluss vom Liechtenstein.» «Um die Wasser- und die Elektrizitätsversorgung in der Gemeinde Wartau.» «Um den Untergang der Stickerei-Industrie.» «Das alles findet sich fundiert und umfassend dargestellt im zweiten Band der Werderberger Geschichte.» «Im zweiten Buchteil geht es dann noch ein bisschen beschaulicher, ein bisschen leichter zu und her. «Es geht nicht um Krieg, sondern es geht um vorab landeskundliche, eher erbauliche Themen.» «Täufere Einblicke in die einzelnen, insgesamt 20 Beiträge, gibt Ihnen anschliessend mein Redaktionskollege, der Hansen Kokabentuller.» «Vorher aber ist es mir ein grosses Anliegen, allen zu danken, die zur Realisierung des Werks beigetragen haben.» «Ein ganz spezieller Dank gilt unseren Mitgliedern und den zahlreichen Gönnerinnen und Gönner, die unser Projekt mit ihrem Mitgliedergönner und Unterstützungsbeitrag überhaupt erst ermöglicht haben.» «In Dank eingeschlossen sind auch die Inserenten, auch sie sind für uns vor allem geschätzte Gönner.» «Gut 40'000 Franken sind zusammengekommen und haben der Redaktion im Frühling 2019 ermöglicht, die Verwirklichung mit Abschlusstermin vor Augen auf Ende November anzupeilen.» «Das Ziel ist erreicht, wie man heute sieht.» «Ich bedanke mich unseren 14 Autorinnen und Autoren und bei meinem Redaktionskollege Hansen Kokabentuller, wir alle arbeiten bekanntlich rein ehrenamtlich und das in teils sehr beträchtlichem Umfang.» «Ein herzlichen Dank geht an unser Buchmacher-Team, an unsere zuverlässige und aufmerksame Korrektorin Lottie Koch, an Leihauter Peter Freudemann, an Lithograph Werner Graf, an Werner Siewetz und sein Team von B-Media für Koordination und Begleitung der Produktion und an Drucker Markus Barletta von der Multicolor Print, die erneut hervorragende Arbeit geleistet hat. «Und schliesslich bedanke ich mich bei unserem Ensemble, Tonikum mit der Patrizia Vögl, der Silvia Bettig, der Bernadette Helbling und dem Bandleader Hans Köppel.» » Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.